Heute zeigen wir Ihnen die Inbetriebnahme unseres IT-WLAN mit einem Android-Smartphone und dem System von Amazon Alexa. Unser IT-WLAN ist zusätzlich mit einer Innentaste-Einrichtung ausgerüstet, sodass wir unser Garagentor auch innerhalb der Garage bedienen können. Die Grundvoraussetzung ist natürlich, dass wir uns aus dem Play Store die Amazon Alexa App herunterladen, diese einrichten und den Sprachassistenten schon einmal auf unsere Stimme eichen. Dann haben wir die besten Voraussetzungen, um am Ende mit unserer Stimme die entsprechenden Befehle für unser Garagentor geben zu können. Für die weitere Inbetriebnahme unseres IT-WLAN nutzen wir das mitgelieferte Systemkabel. Dieses Systemkabel hat auf beiden Seiten Stecker. Einen Stecker stecken wir in unseren IT-WLAN, der andere Stecker wird in den HCP-Schnittstellenport unseres Antriebes eingesteckt. Bei Bedarf können wir einen Bus-Scan durchführen. Dieser wird Ihnen auch in weiteren unserer Videos erklärt. Dann gehen wir auf die mitgelieferte Bedienungsanleitung und hier betrachten wir 1.2. 1.2 bedeutet, wir scannen den QR-Code und werden auf eine erweiterte Bedienungsanleitung hingelenkt. In dieser erweiterten Bedienungsanleitung finden wir dann einen entsprechenden Link und diesen Link wählen wir dann über unser Smartphone an. Dieser Link, das ist die https//cd.hörmann.com. Hier können wir dann unsere E-Mail-Adresse eingeben und unser Passwort, je nachdem, was von uns gefordert wird oder wie sicher ich mein Passwort gestalten möchte. Wenn wir das Passwort eingegeben haben, bekommen wir zur Bestätigung eine E-Mail als Verifizierung. Hier betätigen Sie einmal den Verifizierungslink, damit wir angemeldet sind. Zur weiteren Einrichtung folgen wir den Anweisungen des Portals. Das bedeutet, wir drehen unseren IT-WLAN einmal um und auf der Rückseite befindet sich eine Taste. Diese betätigen wir dann für zwei Sekunden und unser IT-WLAN fängt dann an, in einem Takt zwei Sekunden lang zu blinken. Dieses Blinken bedeutet für uns, wir sind im Einrichtmodus und wir können das WLAN-System des IT-WLAN antippen und haben dann die Verbindung zu dem entsprechenden IT-WLAN. Bitte warten Sie kurz darauf, bis die Verbindung steht. Das wird innerhalb des Systems angegeben. Dort steht dann verbunden. Wenn die Verbindung steht, können wir in dem Portal auf die Taste Weiter klicken. Nachdem wir auf die Taste Weiter geklickt haben, sehen wir dann zur Erkennung die Seriennummer. Das dauert einen kleinen Moment, weil natürlich die Geräte sich abgleichen müssen. Nachdem der Abgleich passiert ist, erkenne ich dort die Seriennummer meines IT-WLAN und kann dann die Taste Weiter antippen. Und dann sehen Sie die Liste der lokalen WLAN, die aktiv sind. Hier suchen Sie sich natürlich Ihr WLAN-System aus und geben das Passwort für Ihr persönliches WLAN-System ein. Jetzt verbindet sich unser IT-WLAN mit Ihrem persönlichen WLAN-System. Auch das dauert einige Sekunden. Dann betätigen Sie wiederum die Taste Weiter. Und hier wird dann ein Abgleich stattfinden zwischen dem Portal und dem IT-WLAN. Sobald der IT-WLAN auf dem Portal angemeldet ist, bekommen Sie einen grünen Haken als Bestätigung und Sie bekommen eine Schaltfläche, wo Sie die Seriennummer sehen und daneben finden Sie einen Stift. Wenn Sie diesen Stift drücken, können Sie eine persönliche Bezeichnung eingeben, zum Beispiel Garage Nummer 1. Dann bestätigen Sie das und Sie bekommen einen zusätzlichen Pop-up mit einem Haken als Bestätigung und damit ist unsere Registrierung abgeschlossen. Wir öffnen die Amazon Alexa-App und tippen auf die Schaltfläche Geräte. Dann tippen wir auf meine Smart Home Geräte und danach auf Smart Home Skills aktivieren. Dann tippen wir oben rechts auf die Lupe und geben dort den Namen Hörmann ein. Danach tippen wir auf Hörmann Tor als Skill und tippen zur Verwendung aktivieren. Unser Portal öffnet sich und in dem Hörmann Portal geben wir dann unsere E-Mail-Adresse und unser Passwort ein. Nachdem wir das getan haben, können wir die Taste Fortfahren betätigen. Dann wechselt unser Smartphone in die Amazon Alexa-App und wir bekommen eine Meldung, dass das Tor verknüpft wurde. Wir tippen dann auf die Schaltfläche Nächster und Alexa sucht nach Geräten. Auf dieser Seite kann es bis zu einer Minute dauern, dass die entsprechenden Anzeigen bezüglich der Geräte angezeigt werden. Jetzt bekommen wir die Anzeige, dass das ausgewählte Gerät verknüpft wurde und wir betätigen die Schaltfläche Weiter. Jetzt wird von uns gefordert, dass wir den Anmelde-Code eingeben. Dazu betätigen wir die Schaltfläche Weiter und suchen uns einen vierstelligen Anmelde-Code aus. Dieser Anmelde-Code wird benötigt, um unser Garagentor zu öffnen. Diesen Code geben wir jetzt ein und werden aufgefordert, den Code noch einmal zur Bestätigung einzugeben. Zum Schließen brauchen wir keinen Anmelde-Code. Wir tippen auf Weiter und wählen eine Gruppe aus, in der sich unser Gerät befinden soll. Vorzugsweise in unserem Fall Garagentor. Dann tippen wir auf Zur Garage hinzufügen und tippen auf Weiter. Wir bekommen dann eine Meldung, dass wir auf eine Taste Fertig drücken müssen, damit dieser Vorgang abgeschlossen wird. Danach sehen wir die Bedienoberfläche und können über unsere Stimme Alexa bedienen. Alexa, Garage 1 öffnen. Wie lautet dein Sprachcode für Garage 1? 1, 2, 3, 4. Wird geöffnet. Einen Moment. Garage 1 ist offen. Alle Einstellungen sind damit abgeschlossen und wir können wunderbar komfortabel über unsere Stimme unser Garagentor öffnen und schließen.